Was ist ein USB-Netzwerkadapter? Ein USB-Netzwerkadapter, Universal Serial Bus, ist ein Computerzubehör, das eine drahtlose oder standardmäßige Internetverbindung auf dem Computer ermöglicht, an den er angeschlossen ist. Dieser Adaptertyp ist über einen normalen USB-Anschluss mit dem Computer verbunden und erfordert nur sehr selten mehr als ein paar Klicks zur Installation. Auch für Spielekonsolen sind gelegentlich USB-Netzwerkadapter erforderlich. Ein drahtloser Netzwerkadapter wird hauptsächlich für ältere Computer und gelegentlich für Laptops verwendet, bei denen keine integrierten drahtlosen oder Wi-Fi-Funktionen vorhanden sind. Durch hinzufügen von Wi-Fi-Funktionen zu einem Computer kann der Benutzer von einem beliebigen Ort innerhalb der Reichweite dieses Netzwerks aus einer Verbindung zu einem Netzwerk herstellen. Obwohl die meisten Laptops bereits über drahtlose Funktionen verfügen, sind einige ältere Modelle ohne. Durch die Installation eines USB-Adapters auf einem Laptop kann der Benutzer eine Verbindung zu drahtlosen Netzwerken an Orten herstellen, die Wi-Fi bieten. Der verkabelte USB-Netzwerkadapter ist eine weitere Option. Es wird hauptsächlich in Gebäuden ohne drahtloses Internet verwendet, ist jedoch auch eine Option für Personen, die es vorziehen, jederzeit über ein Kabel verbunden zu sein. Ein verkabelter USB-Netzwerkadapter ist im Wesentlichen ein Kabel mit einem USB-Anschluss an einem Ende und einem Netzwerkkabelanschluss am anderen Ende. Dies ist besonders nützlich für Computer ohne Netzwerkkabelanschluss. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Adapter, die von verschiedenen Unternehmen entwickelt wurden, aber alle dienen demselben Zweig. Einer der Hauptunterschiede bei den Adaptern liegt im Betriebssystem, für das sie formatiert sind. Die meisten erfordern einen einfachen Treiber-Download, bevor sie bereit sind, andere funktionieren jedoch nur mit bestimmten Betriebssystemen. Nach dem Anschließen des USB-Netzwerkadapters an den Computer ist in der Regel nur noch das Anschließen erforderlich. Normalerweise wird eine CD mitgeliefert, auf der die erforderliche Software des Adapters schnell installiert werden kann. Zu diesem Zeitpunkt muss der Adapter immer eingesteckt bleiben, damit der Computer eine Verbindung zum drahtlosen Netzwerk aufrechterhält. Der USB-Netzwerkadapter benötigt kein Netzkabel, da er von dem Computer mit Strom versorgt wird, an den er angeschlossen ist. Einige Adapter werden mit separaten Antennen geliefert, und es ist wichtig, dass diese so platziert werden, dass sie das stärkste Funksignal empfangen können. Die Antenne muss sich in der Nähe des Computers befinden, sollte jedoch nicht in der Nähe von Wänden aufgestellt werden und nicht an einem Ort, an dem der Monitor oder Computer das Funksignal blockiert oder unterbricht.